Ja, also heute am Tag 5 sieht er halt so aus, der Streckhaufen hier und ich werde aber trotzdem irgendwie hier nochmal was machen bis gleich. So, naja die ganze Nacht halt 8 Grad plus und am Tag über wieder den ganzen Tag 10 Grad und so, was will man erwarten. So, dafür lassen wir es heute nochmal krachen, mehr oder weniger. Ja, eher weniger, ja doch. Naja, die Unterlage hier, die hat zu viel Grip. So, Lufthäuler müssen natürlich jeden Tag sein. Jawoll. Und XXL Magic Spinball, mal sehen ob er heute funktioniert. Ja, heute hat er bestens funktioniert. Bestens. Und zum Abschluss die Silver Red Flame von Jörge, die ist jetzt perfekt. 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 Und dann tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.